Freunde des gepflegten Schreibens, hier ist wieder euer Witti aus der Füller-Bubble und heute habe ich für euch ein Update meiner Füllersammlung. Vor einem Jahr habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich so gezeigt habe, was ich alles so an Füllern besitze und jetzt, nach einem Jahr, dachte ich mir, ist es Zeit, da mal ein Update zu geben. Ja, vor mir seht ihr hier so knapp ins Bild passend die Füller, die auch im letzten Video dabei waren und jetzt also auch immer noch Teil der in Anführungsstrichen Sammlung sind. Ich bin, wie gesagt, kein Sammler im klassischen Sinne, der einfach versucht, so viele schöne Gegenstände wie möglich anzuhäufen, anzugucken, ins Regal zu stellen, zu bewundern, sondern ich genieße es einfach eine etwas breitere Auswahl an Füllern zu haben, die ich aber alle auch gerne benutze. Das heißt, bei mir geht es nicht primär ums Besitzen, bei mir geht es darum, es muss Spaß daran haben, sie zu benutzen und sie müssen mir gefallen. So, die zwei Füller, die es vom letzten Video nicht ins heutige Video geschafft haben, sind einmal der Faber-Castell Ondoro. Da habe ich, glaube ich, gesagt, ich finde den Füller ganz schön, aber jetzt nichts, was mich übermäßig umgehauen hat und dann habe ich halt auch gemerkt, na gut, ich benutze ihn jetzt nicht so häufig, dann darf ich ihn halt auch gehen lassen. Habe ihn verkauft und habe ihn seitdem eigentlich auch nicht vermisst. Und der zweite Füller ist der Pelican M805. Der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich hatte nur das Problem, dass das Griffstück ein bisschen zu kurz war. Wenn ich jetzt hier mal den Pilot Custom 823 nehme und hier mal das Griffstück anschaue, das war hier noch ein bisschen kürzer und ich hatte irgendwie das Gefühl, die Einkerbungen waren relativ scharf. Das heißt, obwohl mir der Füller, der Pelican sehr, sehr gut gefallen hat und auch von Größe und Gewicht eigentlich super in der Hand lag, hat es mich irgendwie immer hier so ein bisschen gekratzt. Und dann dachte ich mir, na gut, das ist jetzt nicht das Ende der Welt, aber dafür, dass der Füller ja doch fast 400 Euro gekostet hat, da erwarte ich dann eigentlich schon eher die Perfektion und deswegen habe ich mich dann entschieden, den zu verkaufen und habe es jetzt auch nicht bereut. Ich vermisse schon so einen hochwertigen Pelikan in meiner Sammlung zu haben, aber da habe ich dann eher jetzt das Auge auf den M1000 gerichtet, auch wenn der finanziell gesehen noch in weiter Ferne liegt. So, das heißt, ich gehe mal kurz hier drüber, werde nicht zu detailliert drüber reden, weil das habe ich ja im anderen Video schon gemacht. Also falls ihr euch hier zu den Füller dann speziell interessiert. Zu vielen gibt es auch schon ein Review, die anderen bespreche ich einfach mal so kurz nebenbei im Schwafelton in dem älteren Video. Also angefangen hier, der Twisby Diamond 580 mit einer 1.1 Stubfeder. Der Twisby Eco auch mit einer 1.1 Stubfeder, allerdings irgendwie, ich finde die breiter als die. Und was soll ich sagen, habe ich zwei Reviews dazu gemacht, finde ich beide sehr, sehr schöne Füller. Durchsichtig, sieht immer klasse aus, Verarbeitung echt anständig für den Preis. Und es passt viel Tinte rein. Benutze ich beide sehr häufig. Momentan den etwas mehr, weil ich beim Briefeschreiben die breitere Stubfeder super gut finde. Und weil auch hier die Tinte, die da drin ist, das ist Pelikan Edelstand Amethyst, die fließt irgendwie nicht so richtig in den Füller. Also die beiden freunden sich nicht wirklich an. Ich habe die Tinte aber noch nicht rausgeworfen, weil es ja eine limitierte Tinte ist, die es momentan jetzt nicht mehr gibt. Und deswegen habe ich irgendwie Skrupe, sie zu verschwenden. Ich möchte sie aber auch nicht wieder zurück ins Glas füllen. Und deswegen, ja, ein bisschen On-Off-Beziehung mit dem Ico, aber ich liebe ihn. So daneben haben wir den Faber-Castell-Lum. Ist mir gerade die Marke entfallen. Und das ist ein Füller, bei dem denke ich mir eigentlich immer, wenn ich ihm wieder in die Hand nehme und mit ihm schreibe, denke ich mir, wow, eigentlich müsst ihr ihn viel öfter benutzen. Und trotzdem benutze ich ihn sehr, sehr selten. Da ist momentan Diamond Jet Black drin, was ein furchtbar heißliches, graues, bla-bla-Gemisch ist. Und das hilft sicherlich auch nicht dabei, den Füller öfter zu benutzen. Aber grundsätzlich sehr zufrieden. Und wir werden hier später auch noch einen Verwandten davon kennenlernen. So, dann hier weiter geht es mit dem Lamy 2000. Das war ja mein erster Füller, immer noch heiß geliebt. Und was soll ich dazu sagen? Ich wette vielleicht mal einen Röder zu machen, aber das ist ja eigentlich einer der bekannteren Füller. Einfach, einfach schön. Anzusehen, anzufassen, zu schreiben. Gefällt mir super gut. Dann als nächstes hier den Pilot Metropolitan oder MR2. Hier in Europa. Und das ist tatsächlich der Metropolitan aus den USA importiert. Also auch mit den Pilot-Patronen und so. Der MR2 hat ja die standard-europäischen Patronen da. Ich finde, es ist ein schöner Füller. Aber mir gefällt die Feder nicht. Es ist eine sehr feine und auch ein bisschen kratzige Feder. Deswegen, eigentlich müsste ich den mal loswerden. Aber ich habe nicht die Muße dazu gehabt, jetzt so einen 15-Euro-Füller dann für, weiß nicht, 8,50 oder so zu verkaufen. Deswegen lag der jetzt im Schrank. Aber ich hänge nicht mehr an ihm. So viel kann ich sagen. Ganz im Gegenteil hier. Zum Alison Collier in diesem schönen Blau, das je nach Lichteinfall ganz bezaubernd aussieht. Ich weiß nicht, ob man das hier auf der Kamera sieht, aber ich glaube schon ein bisschen. Man kann es erahnen. Das war ja ein Geschenk meiner Freundin an mich. Ich benutze ihn auch immer noch sehr gerne. Momentan habe ich, glaube ich, die B-Feder drauf. Ich habe auch noch eine 1.1-Dub-Feder, die aber so ein bisschen rumzickt. Deswegen hier die B-Feder. Einfach ein schöner, großer, aber nicht zu schwerer Füller mit einem wunderbaren Material, einem einzigartigen Look. Hochwertig verarbeitet. Der hat einen Platz in meinem Herzen. Nicht nur, weil er ein Geschenk ist, sondern auch, weil er ein wirklich sehr, sehr toller Füller ist. So, dann die letzten drei hier. Fangen wir an mit dem Pilot Custom 823. Ich würde sagen, mein liebster Füller. Einfach vom Gesamtpaket. Das Füllsystem, die Verarbeitung, auch das klassische Design, dieses Understatement so ein bisschen. Die Größe, die Balance, wie er in der Hand liegt und schließlich auch die Feder. Einfach fürs tägliche Schreiben. Wunderbar. Und es gab bisher noch keinen Füller, der an diesen herangekommen ist, für mich persönlich. Dann hier etwas kleiner, den Pelikan M200. Hat eine wunderbare Feder. Also da hatte ich echt Glück mit dieser Stahlfeder. Die schreibt echt beachtlich gut. Von der Größe her für meine Hand. Es passt. Na klar, ich vermisse die größeren Pelikans. Ganz klar. Aber es ist ein netter Füller, den ich immer mal wieder gerne benutze. Auch für einen Brief. So eine Seite geht schon. Ist jetzt nicht das Bequemste, mit diesem kleinen, dünnen Füller zu schreiben. Aber weil die Feder doch so schön weich ist, macht es trotzdem Spaß. Und ich benutze ihn auch sehr, sehr gerne. Und schließlich. Den Platinum Century 3776. Auch ein Review dazu gemacht. Aber da geht schon gar nicht auf. Ich finde den eigentlich gar nicht so schlecht. Nicht auch so, wie er in der Hand liegt. Aber irgendwie die Feder, die überzeugt mich nicht hundertprozentig. Die ist, wie ich im Review gesagt habe, eine sehr harte Goldfeder. Also merke ich gar nicht, dass es eine Goldfeder ist. Und sie schreibt vom Tintenfluss her jetzt auch nicht so übermäßig nass. Deswegen müsste ich da, glaube ich, nochmal rangehen mit der Bearbeitung. An sich ist er aber trotzdem immer mit Tinte befüllt und wird auch ab und zu mal benutzt. Aber ich greife dann doch lieber zu anderen Füllern. So, und jetzt die Neulänge. Ich möchte mal beginnen mit einem Tintenroller. Ich habe mir nämlich hier den Farber Castell Loom als Tintenroller gekauft. Und die Farber Castell Looms sind so balanciert, dass man sie nicht so richtig mit dem Clip nach links hinlegen kann. Also da haben sie eine ganz starke Anziehung nach da drüben. In der Richtung nicht. Ist mir gerade aufgefallen. Ich dachte mir, es ist echt cool, hier den auch als Tintenroller zu haben, weil man kann ja nicht immer den Füller verwenden auf so ganz schlechtem Papier oder so, wenn man da jetzt nicht gerade eine super feine Feder hat und eine geeignete Tinte. Dann ist es doch meistens praktischer, noch was anderes zu haben, was jetzt kein Kugelschreiber ist, weil Kugelschreiber sind wirklich ganz, ganz furchtbar. Aber er schreibt nicht so wirklich gut. Ich habe mir schon eine zweite Mine gekauft. Oder so ein Nachfüllding. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Und muss mal schauen, ob es dadurch besser wird. Aber überzeugt mich jetzt vom Schreibgefühl her eigentlich überhaupt nicht. Ich finde es trotzdem cool, hier so dieses Duo zu haben, was man auch immer dabei haben kann. Aber es bleibt abzuwarten, ob es vom Schreiben her noch besser wird. Ansonsten muss ich den wahrscheinlich auch wieder irgendwie gehen lassen. So. Dann, wo machen wir weiter? Wo machen wir weiter? Nehmen wir hier noch einen weiteren klassischen, aber auch kleinen Füller. Also von der Größe her. Aber gar nicht so viel Unterschied zum M200. Der ist natürlich wesentlich dicker. Der Sailor Pro Gear in der normalen, nicht in der Slim-Variante. Und den habe ich getauscht gegen, also für den, für den Pedicard M805 und dann noch eine Zuzahlung bekommen. Und ich finde den so von der Größe, vom Design her super gut. Die Feder ist eine 21 Grad Goldfeder. In HM, das ist einfach Hard-Medium. Und es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, warum diese Feder existiert. Denn auch genauso wie hier ist sie wirklich einfach ein ein Nagel. Und es ergibt für mich keinen Sinn, warum man eine 21 Grad Goldfeder fertigen sollte, die dann als Besonderheit zu den anderen Goldfedern einfach so hart ist wie eine Stahlfeder. mir fehlen die Worte, um diese Sinnlosigkeit zu beschreiben. Hätte ich eine andere Feder, würde der, glaube ich, noch weiter oben in meiner persönlichen Liste liegen. Aber ich finde ihn ansonsten auch sehr schön vom Gewicht, von der Verarbeitung, wie er aussieht. Und auch von der Größe mit der aufgesteckten Kappe hinten. Ja, vielleicht irgendwann mal mit einer anderen Feder. Wer weiß. Andere Feder bräuchte ich auch für den Pilot Capless oder für den Pilot Vanishing Point. Für alle, die den nicht kennen, das ist ja auch einer dieser legendären Füller. Das ist hier im Prinzip wie ein Kugelschreiber, nur dass es kein Kugelschreiber ist. Mit ausfahrbarer Federeinheit. Meine Feder schreibt irgendwie furchtbar, also sie schreibt sehr, sehr nass und setzt immer mal wieder aus und hat auch so ein quietschendes Geräusch. Aber ich kenne das unter dem Begriff Singing, obwohl es sich für mich nicht wie Gesang anhört, sondern eher wie so Fingernagel auf Tafel. Deswegen vielleicht werde ich den mal irgendwie zu einem Profi schicken und den bearbeiten lassen, weil ich spreche jetzt auch wieder von der Bearbeitung, aber im Prinzip ich habe ja jetzt auch keinen erweitertes Wissen von Federn und möchte dann so eine teure Feder, teuren Füller auch nicht ruinieren. Ansonsten finde ich ihn recht praktisch, auch gerade für kurze Notizen wäre es super, wenn er einfach schreiben würde, so zuverlässig im Alltag, ohne Probleme. Viele Leute finden hier diesen Clip störend. Ich finde ihn im Gegenteil eigentlich ganz angenehm hier zu halten. Und auch das Design gefällt mir ganz gut. Das ist so eine Carbon in Anführungsstrichen Variante, aber es ist so ein bisschen texturiert, also wenn man hier drüber fährt, dann spürt man die Textur so ein bisschen. Ja, schade, dass der wirklich nie benutzt wird, weil er schreibt einfach furchtbar, kann man gar nicht anders sagen. Ich würde es gerne öfter machen. So, dann hole ich mal hier zwei Kandidaten, drei Kandidaten, die wir auch schon aus Reviews kennen. hier der Moonman M2. Schöner Füller, sieht klasse aus. Es bleibt weiterhin abzuwarten, ob mir die EF-Feder irgendwie gefällt, ob ich die benutze. Aber an sich schon sehr, sehr schöner Füller. Gefällt mir schon gut. Dann hier der Lan B2. Ich habe keine Ahnung, was die Nummer ist. Die steht da drauf. 3059. Eine Twisby Eco-Kopie, was ja grundsätzlich problematisch ist, wenn einfach so Füller ganz dreist kopiert werden. Aber ich muss sagen, er gefällt mir wirklich gut, weil er extrem gut schreibt und weil er so praktisch ist mit der Tintenkapazität und einfach der Tatsache, dass der irgendwie zwei, drei Euro kostet und es mir völlig egal ist, ob ich den liegen lasse, verliere, ob der kaputt geht. Das ist einfach so ein gutes Gefühl, etwas dabei zu haben, worüber ich mir eigentlich keine Sorgen machen muss. Und deswegen kommt er schon öfter zum Einsatz, als er so aus ethischen Gründen vielleicht kommen sollte. Und wenn ich den mal irgendwie hergebe oder so, dann werde ich mir auf jeden Fall die Feder davon aufheben. Das sind ja so wie bei den Lami-Federn, Stichwort Lami, so abziehbar und schauen, dass ich die irgendwo anders drauf kriege. Ja und dann hier der Lami-Ion, der mir auch ganz gut gefällt. Ein bisschen weniger im Einsatz ist momentan. Daran liegt, dass die Feder auch ich habe einfach schönere Federn als diese Lami-Stahl-Federn und ich muss mal gucken, was ich da mache. Irgendwie an sich gefällt er mir ja gut, braucht er mir ein bisschen mehr Pepp für meinen Geschmack. Vielleicht ich habe eine 1.5-Feder von Lami, aber da ist das Hintenfluss dann so ein bisschen dürftig. Vielleicht muss ich mir nochmal eine 1.1-Millimeter-Feder holen und dann den auch mal wieder öfter benutzen. So, dann habe ich hier noch einen Füller aus China. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Das ist ein Wingstone 3003 oder 3008. Steht auch nirgendwo drauf. Sieht ein bisschen aus wie ein Kinderspielzeug. Ist eigentlich so vom ersten Eindruck her gar nicht so schlecht. Schreibt auch relativ ordentlich. Hat eine schöne Größe. Gut benutzbar. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, das ist so eine direkte Kopie von irgendeinem Bekanntenfüller. Klärt mich da bitte auf, wenn ich falsch liege. Aber auch wieder durchsichtig, also trifft eigentlich wieder genau meine Ader. Und da werde ich vielleicht auch mal ein Review dazu machen, wenn ich denke, dass da irgendwas anderes zu sagen gibt. Ansonsten habe ich hier gerade so eine Dime Shimmering Tinte drin, einfach, wenn das eintrocknet oder so, ist mir das völlig egal. Und hat Spaß gemacht, damit zu schreiben, hat auch gut geklappt mit dem Shimmering Effekt. Wingsung für 2-3 Euro. Geht immer, oder? So, dann habe ich hier einen Nudlers Nip Creeper. Das ist ein Kolbenfüller mit einer Flexfeder, also mit so einer modernen Nudlers Stahl Flexfeder. Und der ist relativ klein, dünn, schmal, also beinahe grotesk in meinen Händen. Und die Flexfeder ist, naja, ich finde sie nicht so, der Hammer. Also sie flext schon ziemlich weit, aber sie ist sehr, sehr kratzig, das heißt, man kann damit eigentlich gar nicht richtig schreiben, so für Alltagsgebrauch sowieso nicht. Und ansonsten habe ich jetzt auch nicht so eine fancy Schreibschrift, die ich dann so mega cool mit diesem Flexfeder zur Geltung bringen könnte. Und wenn ich versuche damit zu schreiben, es fühlt sich einfach katastrophal an. Ich habe ihn noch nicht hergegeben, weil ich mir dachte, das ist eigentlich ein ganz interessanter Füller und vielleicht irgendwann mal auch ein Video dazu machen. Aber dazu müsste ich erst mal herausfinden, ob die anderen Federn, ob die generell so Schreiben oder ob es hier einfach ein Einzelfall ist, dass es irgendwie gar nicht funktioniert bei mir. Deswegen der ist genauso unbenutzt eigentlich wie der Pilot Kepless, leider. Aber wer weiß, ich denke, es dürfte eine Nummer 5 Feder sein oder so. Obwohl, ich weiß nicht, muss ich mal informieren, ob ich da eine andere Feder drauf tun kann, einfach so mit dem Schreiben. Ansonsten bleibt er halt einfach immer im Schrank liegen. So, und der letzte ist der Wingsung 3003, dann ist das hier der 3008. So, 3008, 3003. Das ist eine Kopie des Twisby Diamond 580. Man sieht's hier, hier, der Clip. Ziemlich identisch, außer von der Verarbeitung. Da merkt man wirklich, das ist nicht wirklich schön. Geschrieben habe ich damit noch gar nicht, weil ich konnte mir noch nicht entscheiden, welche Tinte ich da reintun soll. Und alle anderen Füller außer der hier, der Nudlers, sind mit Tinte befüllt. Sogar der Keplers, da habe ich mal, glaube ich, letztens so ein bisschen rumgeschrieben, mal wieder, und habe da, glaube ich, einfach eine Patrone reingetan. Das heißt, eigentlich, ich habe genug, ich habe alle Farben, die ich brauche, deswegen ist der gerade so ein bisschen auf Halde, aber der wird sicherlich auch nochmal in einem Video irgendwie vorkommen. Kann ich noch nicht so viel zu sagen, außer der erste Eindruck ist, mh, mh, ne, eher nicht so der, nicht so der Ware. Da merkt man schon deutlich, deutlich den Unterschied hier zum Original. So, das war's, die geupdatete Füller-Sammlung für 2018. Ja, krass, schon über ein Jahr hier Füller-Bubble-Content auf YouTube, die Zeit vergeht relativ schnell, und wenn es weiter so schön ist, so gut läuft, dann sehen wir uns ja vielleicht in einem Jahr wieder zum nächsten Update. Ich bin gespannt, wie viel von den jetzt noch gemochten Füllern bis dahin dann schon wieder meine Gunst verloren haben und aus der Sammlung geflogen sind und gleichzeitig wie viel Neuzugänge eigentlich dazu gekommen sind. Ich habe schon lange eigentlich keinen richtigen Füller mehr gekauft, also der Arion war der letzte richtige und dazwischen halt immer nur diese ganzen zwei, drei Euro Füller, die ich dann hauptsächlich eigentlich aus Interesse kaufe und weil ich ein Video drüber machen will und schauen, ob die sich lohnen, da gibt es halt starke Unterschiede zwischen irgendwie einem zwei Euro Füller, der mich sehr begeistert und einen, der mich erstmal auf den ersten Eindruck extrem kalt lässt und jede Menge dazwischen. Deswegen, ich bin gespannt, wann ich mal wieder, wann ich mal wieder übers Herz bringe, so viel Geld für Füller auszugeben. Es fällt mir immer schwerer, je mehr ich habe, weil ich merke, ja, ich kann nur so und so viel Füller benutzen und ich will die nicht nur im Schrank versauern lassen, das tut mir leider weh. Deswegen sind es meistens Tinten, die dazukommen. Die habe ich noch nicht alle vorgestellt. Wenn euch das interessiert, sagt mir das. Kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass es jemanden interessiert, wie ich 20 Tintenfässer in die Kamera halte, aber lasst es mich wissen. Ansonsten hoffe ich, hat es euch gefallen, hier dieses kleine Laber-Video. Vielleicht seid ihr auch eingeschlafen. Das freut mich dann, wenn ich euch beruhigen konnte und zum Einschlafen bringen. Ansonsten sehen wir uns bei einem der nächsten Füller-Bubble-Videos wieder, dann in kurzer, komprimierter, themenfokussierter Variante. Macht's gut, viel Spaß beim Schreiben mit euren Füllern. Euer Witti aus der Füller-Bubble.